Hallo, ich bin Christian von Fliesen24. Wir haben eine neue Zementoptik-Fliesenserie, die Fliesenserie Marokko. Die Marokko kommt im typischen Format 20x20 cm. Es gibt davon insgesamt 12 verschiedene Dekore. Diese kommen willkürlich gemischt im Karton. Ihr könnt diese nicht einzeln bestellen, nur als bunte Mischung. Zu dieser Fliese gibt es eine Univliese mit einem weißen Hintergrund und so leicht abgenutzter, schäbischick Oberfläche. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und was haltet ihr von dieser Fliese? Schreibt es doch einfach mal bei uns unten in die Kommentare mit rein. Wenn euch die Fliese gefällt, bestellt euch ein Muster bei uns im Shop und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Infos rund um die Fliese. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.